Viel Spaß beim... Ja, wollte ich auch grad sagen. Okay. Cool. Was ist das hier? Gott, wie viele Kisten stehen hier bitte. Ah, du kannst damit das Ding hier in der Mitte steuern anscheinend. Je nach Farbe. Hier steht ein B dran und hier ein A. Mach mal zum Beispiel bei B, bitte. Bei Gelb. Ah, okay. Dann kommt das nämlich aus der Richtung hier raus. Also jetzt wahrscheinlich D, um nach vorne zu kommen. Ah, wo ist ein D? Hier ist D. Oder soll ich dir besser die Farben ansagen? Ne, sag die Buchstaben. Die Buchstaben? Oder mir egal. Also da sieht falsch aus. Geht beides. Mach mal A. Also rot. Rotes A bitte. Warte ganz kurz. Von welcher Seite kommt der Leser? Von da. Oder? Ne, weiter. Noch mehr A. Noch mehr A. A. Ja, das war zu viel A. Hä, habe ich nicht die Schmerzen? Hm, weiß ich nicht. Okay, nochmal B. Nein, nicht B. D. Achso. Ein paar Ds bitte. Noch einer. Stopp. Das war zu weit. Jetzt musst du ausparken. Äh, was muss ich drücken? B? B. Oder singen. Du siehst doch meinen Bildschirm, oder nicht? Ja. Dann geht doch schneller, wenn du es mir ansagst. So. A. A. Also rot. Rot ist A. So, ich habe diesmal mein Schild drauf. Also ich habe auch voll mein Schild drauf. Vielleicht musst du dich nach rechts drehen? Aber das kommt doch von da, der Leser. Da ist doch das Gerät verschießt, oder nicht? Achso. Vielleicht geht das nicht, aber du kannst probieren auch mal B. Oder ich muss rüberspringen. Ich weiß es nicht. Aber nein, nicht B. Wenn schon D. D und dann wieder rotes A. Ah ja. Das hat funktioniert. Der Stand ist so falsch einfach nur. Ja, nochmal. Okay. Äh, das sieht irgendwie nicht so aus, als würde ich da hochkommen. Dann, äh, bitte ein paar mal das Lied an der D. Stopp. Ah, war schon ein Tick zu weit, ist ja aber egal. Äh, C. Achso, C. Achso, geht immer andersrum. Genau. Bestimmt da oben. Da komme ich nicht hin. Ja. Grün ist C. Ja, einmal B. Gelbes B. B. Jetzt wieder C. Kannst du das eigentlich aufladen, oder ist das immer gleich stark? Ne, ist immer gleich stark. Ah, okay. Nochmal? Ne, geht nicht. Und doch, war gut. Und jetzt D wieder. Da kannst du aber rauf. Was? Hier sieht es irgendwie auf. Dächtig, ich schaue. Ja, ich glaube das ist einfach nur eine Lücke. Das ist einfach nur eine Lücke. Folge dem Schlauch. Da gibt es zwei. Äh, nach oben? Aber ich habe das Gefühl, die machen beide etwas ähnliches. Oh ja, Kabel. Ah. Einfach mal kaputt machen. Das würde bestimmt was bringen. Oh. Ja, jetzt kommen wir da rechts hoch. Okay, klar. Ist links oben noch irgendwas bei dir? Ne, ich tippe auch gerade kurz mal. Das sieht nicht so danach aus. Okay, ich glaube hier können wir Licht anmachen. Oh, drums. Geil. Oh, drums. Geil. Geil. Ah, runtergerutscht. Ah, das kann ich wieder anheben. Uh. Gott. Fast runtergefallen. Was hat May gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört gerade. Oh, da ist ein Keyboard. Ich glaube dann ist er auch hoch. Autsch. Kannst du eigentlich schon ein Instrument spielen? Nö. Kann ich mal Flöte oder sowas, was man in der Schule vielleicht gelernt hätte? So was lernen wir nicht in der Schule, auf der Dorfschule. Was hättest du zur Musikschule gehen müssen? Also, ehrlich gesagt hätte ich jetzt sogar eher noch gedacht, dass man auf dem Dorf irgendwie ein Instrument hätte. Na, du hättest halt zur Musikschule gehen müssen, hat halt Geld gekostet, hat meine Eltern nicht. So eine Musikschule? Ja. Also sie konnten sich keine Schule einfach nur keine Instrumente leisten oder wie? Na, wir hatten so Triangel und so, aber wir hatten keine Flöten in der Musik. in der Grundschule. So. Ging leider keiner zu Fan, äh zu so einer fancy Musikklasse wie du. Ich hatte auch keine Musikklasse, aber wir hatten so einen Kurs, wo man, boah, was war denn das, kennst du so eine, ähm, Akkordeons? Ja. Da faltest du die ja zusammen und wieder, also hin und her, damit du, äh, quasi Luft bekommst, um Musik damit zu machen. Und es gibt auch so eine Mini-Akkordeons, keine Ahnung wie die Geräte heißen, wo man aber selbst durch so einen Schlauch reinpustet. So einen Scheiß hatten wir. Ne, wir hatten nur so ganz normale Trommeln so ein bisschen, so Rasseln, Triangel, so was halt einfach ist zum Bedienen. Aber viel hatten wir nicht, weil den Rest musst du halt können. Wir hatten nur ein paar Leute, die dann zur Musikschule gegangen sind, die haben halt Gitarre und so gelernt. Mhm. Aber, ja. Ich wollte halt gerne Gitarre lernen damals, aber wie gesagt, kein Geld. Äh, Gitarre hätte ich auch mal weiter üben sollen. Aber meine E-Gitarre, mit der ich gelernt habe, die ist übel verstimmt und verzerrt ständig. Das ist nervig. Uh, jetzt machen wir einen Mix. Alles klar, du bist noch beschäftigt. Ja. Wir hatten, boah, das fand ich aber richtig anstrengend damals. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, achte Klasse oder so. Also, mussten wir an so Keyboards irgendwie so eine Musik nachspielen, weil unsere Musiklehrerin uns gegeben hat. Ich hab's halt nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich kann keine Noten lesen, ich kann nichts. Und ich konnte mir halt dann auch nicht die ganzen Tasten merken, wo ich draufdrücken konnte. Ich durfte auch nichts draufmalen, weil es ist halt von der Schule und ich hab's gehasst. Aber wir haben zum Glück keine Note dafür bekommen oder so, aber das war ganz nervig. Aber wir hatten dann im Gymnasium auch nochmal Klavierunterricht irgendwie? Also nur so grundlegend. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, mit Max, also uh, der Eject. Oha. Ich wollte mich da unten rumgucken. Ich hatte mit Max zusammen, äh, Musikunterricht und wir hatten einmal dann einen Test, okay, äh, wo wir Oktaven irgendwie hören mussten. Oh Gott. Also er hat dann auf Klavier irgendwie eine Taste gedrückt, der Lehrer, und wir mussten dann halt einen Test schreiben und sagen, was das war. Oh Gott. Max und ich lassen mit Würfeln unterrichten und haben einfach mit Würfel gemacht. Hätte ich auch gemacht. Und wir haben bestanden. Mit gereicht. Ah. 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 Ich glaub wir hatten nur in der Grundschule mal so einen Noten lernen, aber danach halt auch nie wieder. Ja, ich weiß, dass es eine Tonleiter gibt. Äh, das weiß ich gar nicht. Oh, jetzt kommt wieder so sexy Musik. Aha. Da. Hast du das im Hintergrund? Ich glaub du keines müssen wir mal merken. Ja. Oh ne. Oh, na links. Warte, stimmt, warum dre ich nicht einfach hier lang? Hier, dann mach ich den nochmal runter. Äh. Ja, den. Und dann kann ich da rüberspringen. Moment. So. Du hast so lange gewartet, dass es wieder los ginge. Ich wusste nicht, wie weit sie springt. Achso. So. Huh. Oh. Oh. Oh Gott. Es wird pixelig. Hä? Äh. Ah. Ah. Okay. Ah. Dafür können das Graue rein? Bestimmt auch nicht, oder? Das ist zu hoch. Ich bin sehr sicher, dass es nicht los ist. Hm. Warte. Meinst du irgendwas springen? Das ist das maximale, was ich hier machen kann? Was kann ich hier noch? Nee, okay. Nee, du musst weiter einfach. Ja doch, doch, doch. Ein bisschen ging noch. Ja, ja. Ich glaub den Rest kein... Huch. Springen. Oder auch nicht. Verdammt, da auch nicht ins Graue rein. Du musst nochmal zurück. Beides gleichzeitig jetzt. Oh. Oh, das war zu weit. Warte, ich mach's noch ein bisschen runter für dich. Oh, da muss man echt aufpassen. Oh. Oh. Warte kurz. Oh, der kann mir auch ein bisschen hinhocken, aber... Oh. Nein. Oh, er konnte nicht mehr springen. Okay, ein bisschen Konzentration. Ich muss nur an meinen Musikunterricht von damals denken, ey. Ich hab's gehasst vorzusingen. Oh. Hüpf. Ah, zu weit. Okay, drücken. Nicht so hoch. Warte. Ja, ich geh wieder runter. Oh. Oh, warte. Oh. Ja, oh, oh. Oh. Wirst du. Okay, das schaff ich. Okay. Das war wirklich schwieriger als gedacht. Äh. Okay, warte. Kommst du drauf? Okay. Ja. Nein, man muss einfach nur hochspringen. Jetzt muss ich? Einfach nur da hochspringen. Kann ja hier stehen bleiben. Oh! Nein! Nein! Von der anderen Wand kann ich nicht mehr abspringen. Jo. Oh. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Kann ich jetzt alle gucken. Oh Gott. Also, bisher sieht so aus, als würdest du gerne singen. Mein Charakter, ja. Ähm. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass es uns gleich anspuckt. Irgendwie. Schlangenbeschwörer hier. Oh nein! Oh nein! Hättest du mich mal singen lassen sollen. Sah witzig aus. Lass mich mal... Lass mich mal singen. Nein! Okay. Hm. Ich war zu nah dran. Der war wieder. Ja. Eben sah es so aus wie so eine Schlangenbeschwörung. Moment. Ist da? Ah. Okay. Nebel. Die sind auch krass... krass gut ausgerüstet hier. Ja. Oh. Nein. Oh. Hilfe! Zu früh! Ja. So. Aha. Hä? Karma. Ich glaub, wir müssen halt zusammen und ich muss singen, damit die uns nicht auffrisst. Ja, hat gut funktioniert. Ich glaub, ich darf nicht zu nah ran. Aber nah genug, damit sie dich nicht frisst. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil es nur um die Richtung geht. Jetzt. Ah. Ich hoffe, du bist drunter. Ja. Ja. So. Wo geht's hier weiter? Oh! Wirklich snackt. Auf mich zu essen. Oh, ich war jetzt sauer gerade. Nein! 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 Ich bin am warten, ich bin am warten! Hab's geschafft. Oh, noch mehr. Warte, wo sind aber... Wo muss ich hinschießen? Ich glaube, wir müssen hier einfach weiter. Ja, komm einfach durch. Hui! Oh. Ich kann singen und schwingen. Was will man mehr? Ich dachte, du bist jetzt direkt schon hier. Mach es weg, mach es weg! Mann! Wäre lustig gewesen, wenn sie sich direkt gegessen hätte. Nein! Ich war zu nah dran. Oh, wow! Ja, komm! Ich kann jetzt wieder respawnen. So. Weg mit der... Wow! Noch mehr Snakes. Oh, die hat Zähne. Echt kein Fan von Schlangen. Oh! 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 Ich hab grad auf deinen Charakter geguckt. Oh! 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 Der Fan hat aber gut gerettet. Ja! Mit diesem kleinen Geld. Ähm... Abby! Ja, Schlangereiten! Hm. Das ist jetzt was sie sagt. Das ist aber ne lange Schlange. Ganz schön smooth, wie die uns grad abgesetzt hat. Ja. Oh Gott. Wow! Das war immer so viel gesprungen. Das war knapp. Das ist alles in unserem Keller. Äh ne, Dachboden. Ich geh links. Sehr gut. Haha. Ja, was haben wir denn hier für krasses Party-Equipment, ey? Nicht so, und du meinst irgendwie so, von wegen, ja, du musst unbedingt arbeiten gehen, um Geld zu kaufen, aber... Ganz ehrlich, so viel Geld, wie wir hier haben... Ja! Könnten wir alles verkaufen. Und nur noch viel Geld verkaufen, ja. Und der ganze Geld, äh, bei den, bei den Maulwürfen. Oh. Deine Spring-Vergessung. Damit können wir voll in den Urlaub. Ah stimmt. Gold. Ja. Ja. Drücken, 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 drücken. Oh. Ja, voll geplant. Ja. Das sind Schlankköpfe. Ja. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ja. Das ist auch nur noch das Licht. Oh, können wir hier wieder spielen. Okay, das eine ist schon mal an... Ah, ja doch, die kenne ich! Wie kann denn so Musik machen? Ja, damit hab ich auch schon mal mit rumgespielt. Kannst halt verschiedene antippen und je nachdem ist halt ein bisschen an Rabid drin. Weißt du? Das läuft dann immer so durch. Das hab ich schon gesteckt, aber ich kenn sie halt nicht. Ich kenn sie halt nur digital, aber... Obwohl, es gibt auch... Gibt es hier auch bestimmte Beatnoten? Muss wahrscheinlich laut genug sein, oder? Hier die Anzeige. Quai ist nur bei... Ah, jetzt! Oh, wir können auf den Button! Das war daneben. Ja, nice. Bei DS, DS gab's glaub ich mal einen, der sowas genutzt hat und dann irgendwie... Ne, das war wahrscheinlich ein Looper. Ja. Voll geil. Ja. Hui. Wie wenig schneller als du. Ich komme... von links. Aber das kann ja auch nicht alles gewesen sein. Ne, das war jetzt ein von... die erste von drei Aufgaben, um die Bühne zu bauen. Ja, stimmt. Die müssen wir auch noch bauen. Das haben wir alles vergessen, oder? Ich dachte, wir müssen noch Licht machen. Uh, no, thanks. Come on, Mae. You deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay, okay. Das klang geradeaus sehr zweideutig. I guess it's my time to shine. Dann shine mal. Ja, mach aber Licht. Okay. Oh, du musst gleich springen. Uh. Okay. Das wird richtig schön. Ach Gott, ich... Ja, ich versuch so schnell zu sein wie du. Okay. Drei, zwei, eins. Bleib da drauf. Und hopp. Und hu. Los. Links. 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 Ja. Warte, da ist doch irgendwas, oder? Das sind irgendwelche Leuchten. Ich will dich jetzt nicht töten. Ah. Doch, da ist was. Da musst du hin wahrscheinlich. Ah. Ne, du musst da dein Licht drauf haben, glaube ich, damit... Nee, du musst es einfach nur anmachen. Ah, bleibt mal im Licht. Oh. Du hast jetzt zwei Lichter. Oh. Mit RS kriegst du auch noch eine Link. Gut, dann hast du ja zwei Lichter. Wird nicht einfacher, warte mal. Ah, okay. Das kann ich bepowern. Hier links. Hm. Das habe ich auch echt gemacht. Das ist schon eine komplett neue Spielmechanik irgendwie. Warte, du kannst das rechte Licht jetzt wieder mitnehmen. Au. Sorry. So. Natürlich kannst du das. Jetzt schnell. Laufen, 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 laufen. Wir sind beide gleichzeitig. Ja, aber das ist irgendwie so cool jetzt. Äh, warte, das geht nur nach links. Okay, nur eins geht nach links, eins geht nach rechts. Jetzt musst du im roten Licht bleiben. Ja, ne, jetzt... Stopp! Jetzt mach der... Ah, ne, warte, wenn du den linken rüber machst, geht das Ding irgendwann wieder runter, oder? Na, rot geht nur nach rechts sonst. So. Warte, so. Kurz Pause. Und laufen. Nein! Ah, so ein Pixel. Ich hasse Hitboxen. Ah, ja. Ich bin verirritiert mit diesen zwei Farben. Okay, warten. Warte, warte, hier müssen sie rauslaufen. Und los. Nein! Das, also... Was für ein Verarscher! Okay, da warst du jetzt ein bisschen nah dran. Mit der Kurzzeit ist so eine Immunität. Nee. Lauf, 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 lauf. So, komm wieder ran. Chill, 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 chill. Laufen, laufen, laufen. Bremsen, bremsen, bremsen. Was? Laufen, laufen, laufen. Hey, I see a light switch! Ja, dann nehm ich. Aber es wird generell nie das passieren, was wir eigentlich wollten wahrscheinlich. Nice. Wir sind ein stronges Team. Erstmal schön in die Tiefe fallen.